Ja, hallo zusammen! Herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Video auf dem Kanal, Leute! Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir müssen auch unbedingt hier mit unserem Brokkos-Deck zocken. Wenn ich nämlich noch weiter teste und das Deck abendere, dann wird der Brokkos wahrscheinlich am Ende nicht mehr im Deck sein. Ich habe uns hier auf jeden Fall eine schöne Sultai-Mutate-Liste vorbereitet. Wie gesagt, das Ganze habe ich jetzt schon öfters getestet, deutlich öfters abgeändert als auch die anderen Decks. Und es gibt halt so ein ganz kleines Problem mit dem Deck, nicht falsch verstehen, es ist auf jeden Fall ein super, super solides Sultai-Deck. Starke Einzelkarten, aber im Vergleich zu den anderen Decks aktuell im Standardformat fällt einem halt sofort auf, wenn wir das Deck weiter abändern würden, dann wäre es am Ende einfach ein Simic-Flash- oder ein Sultai-Flash-Deck, dann hier in der Farbkombination. Das Deck ist halt einfach ein bisschen effizienter von den Zaubern und ist halt immer noch ein recht faires Deck. Man versucht halt eigentlich nur eine große, gute Kreatur ins Spiel zu kriegen und die dann einfach zu beschützen mit den Counterspells. Das ist eine ganz alte Strategie bei Magic. Und hier, ja, das Mutate-Deck, das ist halt quasi das gleiche Deck, nur in ein bisschen langsamer. Deswegen denke ich halt, dass wir Brockhorst gar nicht so oft sehen werden im Allgemeinen, also jetzt so im Spiel an sich. Heute werden wir ihn hoffentlich mal sehen, oder zumindest die Vivian, die habe ich hier auch noch im Deck, ein paar neue Karten und ansonsten ist es halt echt ein faires Deck geworden. Man muss halt super aufpassen gegen Fires of Invention, die Winota-Decks, Geruda-Ramp, die ganzen unfairen Decks, wie man es nennen würde. Da können wir halt nicht so gut mithalten, wenn wir da nicht genau den Counter haben. Wir können auch nicht super aggressiv sein, wir haben keine Ember-Cleaves. Das ist wirklich ein sehr schwerer Decktyp, würde ich sagen, aktuell. Wenn man das Ganze dann halt mit der Konkurrenz vergleicht, dann würde man das Deck halt früher oder später auf jeden Fall in ein Sultai oder eben Simic-Flash-Deck umbauen, weil das einfach effizienter ist. Und genau deswegen durfte ich hier an unserem Brokkoli-Deck noch nichts mehr abändern, weil eben ansonsten das gar kein Sultai-Mutate-Deck mehr wäre. Ich muss halt trotzdem so ein paar, ich sag mal, Grundstrategien übernehmen, denn ansonsten hat das Deck auf jeden Fall krasse Probleme im Vergleich zu dem Iluna-Deck. Da konnte man halt super schnell rampen, eine Iluna mutieren, dann Kioras Saga treffen, sofort den 8-8er Kraken machen. Das ist halt schon so ein recht unfairer Move. Normalerweise würde man in einem Ramp-Deck sowieso einfach die Nissa spielen, weil sie eine unfassbar gute Einzelkarte ist. Dann vielleicht das grüne Finale, das Ramp-Deck kennen wir ja. Oder man würde halt hier eben ein Flash-Deck daraus machen. Da wir aber auch einfach mal alle anderen Karten sehen wollen, habe ich das Ganze jetzt auf jeden Fall so gelassen. So gefällt mir das halt auch sehr gut. Es ist halt immer noch ein super faires Deck mit sehr guten Karten. Ist halt nur nicht so ganz hundertprozentig optimal. Aber darum geht es ja auch hier oft. Wir wollen alles ausprobieren. Einfach mal mit den Karten zocken. Aber hier das Brokkos-Deck, ich würde halt nicht als erstes den Brokkos craften, wenn man halt nicht super viele Wildcards hat. Wenn man natürlich eine große Sammlung hat, einfach mal nachbauen, ausprobieren. Auch mit dem Deck werdet ihr ordentlich Spaß haben. Ja, wir schauen jetzt einfach mal, ob das funktionieren wird. Die Strategie ist halt wirklich Sultai Ramp und es ist halt ein halbes Flash-Deck. Wir wollen am Anfang immer Mana-Beschleunigung haben. Grazer, Druid oder die Spirale. Und dann halt einfach Sachen drauf mutieren. Und am besten eben alles noch mit einem Counter beschützen. Gegen die ganzen Combo-Decks. Wenn wir eins finden, ist der Counter halt auch super, super wichtig. Und am Anfang in der Version hatte ich halt nur die Mutierkarten. Und das Deck war halt einfach nicht gut genug. Hier die beste Karte. Man muss dem Deck auf jeden Fall auch hier den kleinen Bonus geben. Hier die Fledermaus. Das hat zum Beispiel das Iluna-Ramp-Deck und die anderen Mutate-Decks. Oder eben die nicht schwarzen Mutate-Decks. Die können die Karte nicht spielen. Und ich finde sie wirklich super, super gut. Es ist natürlich auch eine Kreatur mit Flash. Also so eine Flash-Variante ist auf jeden Fall deutlich, deutlich besser. Wenn ihr irgendwie was in der Farbkombination zocken möchtet, orientiert euch ein bisschen um. Schaut mal, was ihr da finden könnt. Wir werden auf jeden Fall auch nochmal ein Flash-Deck spielen. Aber heute muss jetzt erstmal Bruder Brokkoli ran. Das wird auch so funktionieren. Wir schauen einfach mal, ob wir ein paar Spiele gewinnen können. Wie gesagt, auf jeden Fall ein deutlich faireres Deck. Ich denke, heute werden die Spiele auf jeden Fall ausgeglichener sein. Kommt natürlich ein bisschen auf unsere Gegner an. Aber ja, es wird Zeit. Wir schauen uns das einfach mal an. Ich würde sagen, wir sehen uns zur ersten Starthand. Viel Spaß! So, willkommen zur ersten Starthand. Wir haben direkt den ersten Zug. Das sieht gut aus. Zwar null Kreaturen, aber Mana-Beschleunigung ist am Start. Das halten wir auf jeden Fall. Schauen wir einfach mal, was passiert. Mal schauen, was unsere Gegner heute mitbringen. Hauptsache eine Runde zocken. Das wird schon irgendwie funktionieren. So. Die ersten Züge stehen ja wirklich. Getapptes Triom. Tomp. Spirale. Und dann fetchen wir uns durch. Haben wir auch direkt einen Counter. Ist echt in Ordnung. Das ist echt in Ordnung. Kommen zwei, drei Kreaturen rein. Vielleicht auch direkt der Chef. Ah, das könnte echt ganz gut werden. Haben wir etwa Monorot gefunden? Fledermaus. Perfekt. Richtig, richtig gut. Gut. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Karte. Jede Kreatur ist gut. Aber was ist bei unserem Gegner los? Okay. Ah, ein Steamkin. Tatsächlich Monorot. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja einen guten Block hin mit der Fledermaus. Das können wir uns ja auch gönnen. Warum nicht? Ich glaube, ich fetche auch jetzt. Das Mana sieht ja sehr gut aus. Nehmen wir noch eine Insel. Dann haben wir auf jeden Fall alles. So. Fabled Passage. Sagen wir Go. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir den ja tatsächlich weggeblockt. Vielleicht gibt unser Gegner uns ja ein paar Infos vorweg. Wahrscheinlich nicht. Also Land Annex können wir counter. Das ist noch in Ordnung. Ärgerlich. Geht er wohl über 3-3? Der geht sehr wahrscheinlich über 3-3. Die Sache ist, wenn das ein Rimrock Knight ist, wollen wir nicht den Fervent Champion blocken wegen Erstschlag. So. Hier ist auch wieder relativ egal, was wir nehmen. Ja, wir blocken nicht. Das ist halt zu gut. Bestie machen und dann was abschießen. Das ist echt gut. Besonders, wenn sich unser Gegner hier entspannt austappt. Das ist bestimmt ein Light Up the Stage. Nein. Nein. Okay. Dann reingeflasht. Das könnte gut werden. Okay. Sauber. Das sollte er überleben. Richtig guter Start. Schön beschleunigt. Schön reingezogen. Hier ist auch egal, was wir oben oder unten lassen. Ist ja beides 3-3. Auf jeden Fall 3-3 fliegend. Raus mit dem Steamkin. Zu gefährlich. Das ist gut. Dann wird da auf jeden Fall Mana fehlen. Und wir greifen an, weil wir immer noch Angst haben von einem Rimrock Knight. Wobei der eben nicht kam, um Schaden zu drücken. Wir blocken so oder so. Jetzt ist uns das egal. Wir mutieren ja auch weiter. Auf jeden Fall blocken wir das. Kann halt echt. Rimrock Knight. Na, okay. Wir blocken. Wir hätten auf jeden Fall geblockt. Safe. Jetzt wissen wir, da ist kein Pumpspell dabei. Gut zu wissen. Können wir uns auch schon fast einen Counter aufhalten. Hätte ich mal vielleicht noch eine blaue Manaquelle mehr rausgesucht. Wir können uns halt trotzdem den Counter aufhalten, wenn wir jetzt nicht mutieren. Ist vielleicht sogar besser. Haben wir Angst? Nein. Angefähr 6, oder? Wir müssen ja auch ein bisschen Schaden drücken. Jetzt mutieren ist halt auch echt gut. Ah. Doch ein Rimrock Knight. Das muss ja ein Rimrock Knight sein. Das ist einfach der Schock. Wollen wir Schock gegen unseren Counter tauschen? Dann überlebt das halt. Na. Ich glaube, das nehmen wir. Komm, das Board ist frei. Ja, doch. Ist nicht 2 zu 1 wegen Erstschlag, aber so gefällt mir das doch deutlich besser. Sehr gut, dass wir uns den Counter aufgehoben haben. Alles richtig gemacht. Ja, das ist absolut fair. Das ist absolut fair. 14 Leben, 15 Leben. Da ist der Torbran. Angefähr 3. Na, den müssen wir auf jeden Fall abschießen. Haben wir ja genug. Da haben wir genug. Ja, wir bleiben bei 3,3. Wir müssen ja ein bisschen Schaden machen. Oh, Leute. Das sieht gut aus. Da waren wir schnell genug gegen Monoroth. Das nehme ich natürlich sehr gerne. Ja, wir mutieren weiter. Das ist einfach zu stark, würde ich sagen. Nice. Leute, Monoroth, einkassiert im ersten Spiel. Ja, besser kann man eigentlich gar nicht starten. Wir sehen uns zur nächsten Starthand. Weiter geht's. Und die nächste Starthand. Ah, die sieht okay aus. Ich wollte direkt sagen, perfekt. Erster Zug des Mana ist nicht ganz optimal. Wir haben alle getappten Länder. Aber das ist trotzdem okay. Wir spielen gegen Geruda. Vermutlich das Combo-Deck. Das sieht man ja relativ oft. Der ist ja nicht schlecht. Wir wissen ja, wann die Karte kommt. Wir wissen auch mittlerweile, was passiert. Der erste wird weggecountert. Wir können jetzt nicht ganz so gut Druck aufbauen. Ja, das ist okay. Krasser Mulligan. Das ist tatsächlich ziemlich okay für uns. Ich meine, mit dem Grazer. Zumindest das Mana passt. Von den Farben her. Wenn wir jetzt ein ungetapptes Land ziehen, noch besser. Leider nein. Leider nein. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Mal schauen. Vielleicht ziehen wir es ja nächste Runde. Dann macht das hier auch auf jeden Fall sofort Mana. Ansonsten haben wir Paradise Druid. Das ist okay. Da kommt jetzt eh Land. Dann der Haven. Die Landverzauberung. Oder auch ein Paradise Druid. Wir wissen doch, wie es läuft. Paradise Druid. Wir wissen, wie es läuft. So. Diesmal nehme ich mir auf jeden Fall noch eine Insel. Jetzt schon mal. Dann Paradise Druid. Leider kein Land. Ah, das ist okay. Das wird ein Sumpf. Dann haben wir auf jeden Fall hier Doppelblau, Doppelschwarz mit dem Paradise Druid. Das passt schon. Jetzt nur nicht Brock ausziehen. Nicht den großen Brocken. Noch ein kleines Land. Prinz Charming. Das ist okay. Wir brauchen ja noch nicht mal nächste Runde den Counter. Ah, eventuell mal schauen, was da noch passiert. Mal sehen, was der Scribe macht. Bin ich sehr froh, dass die Counter hier im Deck sind. Generell würden wir jetzt ein Flash Deck spielen. Simic, Dimir oder Sultai Flash. Ich glaube, da hat man einfach sehr gute Chancen gegen das Deck. Durch zwei, drei Counter durchspielen. Das schafft das Deck doch niemals. Aber mal schauen. So. Wir nehmen den Swamp. Das ist echt ganz gut. Und noch ein Land. Aber wir mutieren jetzt auf jeden Fall nicht. Wir sagen einfach Go. So. Wenn jetzt hier Land, Geruda kommt, countern wir. Wenn nichts Relevantes kommt, Fledermaus. Oh, ich bin mal gespannt. Es ist ja zum Glück ein Enter the Battlefield-Effekt. Und kein Cast Trigger. Das wäre übel. Okay. Wir haben uns den Counter aufgehalten. Da haben wir drauf gewartet. Jetzt dürfen da natürlich nicht noch zwei, drei weitere kommen. Dafür haben wir nicht genug Counter. Das können wir jetzt nicht so lange machen. Wir können allerdings immer noch einen Counter antäuschen. Wir wollen ja eh erst die Fledermaus ins Spiel kriegen. Und dann auf die Fledermaus drauf mutieren. Und wenn wir die Paradise Druids kaputt machen können, das wäre nicht schlecht. Jetzt nicht noch einer. Komm. Eine Tasse. Das geht. Das geht. Flickert den Prinz. Leute, wir sind noch im Spiel. Wir wehren uns. Wir wehren uns wirklich. Und 14 Leben ist machbar mit einer fliegenden Kreatur. Einmal angreifen. Dann den Brockos finden. Und dann 6-6. Das wäre auch ziemlich gut. Mal schauen. Wir flashen jetzt erstmal. Und jetzt Paradise Druid abschießen bringt halt nicht viel. Aber wir können auch nicht viel anders machen. Doch. Wir können eine Fledermaus spielen und dann eine Flash Fledermaus zum Mutieren aufhalten. Das geht natürlich auch. Ich glaube, das machen wir auch. Schade. Ich habe noch auf einen Angriff gehofft. Aber es bringt ja nicht viel gegen den Grazer. Okay. Flickert den Prinz. Das macht aber auch gut Lebenspunkte. Das dauert noch einen Moment. Wir haben den ersten Kombo-Moment überstanden. Beide nach unten. Das ist gut. Das nehmen wir. So. Jetzt haben wir die Fledermaus. Greifen wir an für 3. Und halten uns eine Fledermaus auf. Ich würde sagen, das ist das Beste. Es ist schon verlockend, einfach beide Fledermäuse auch so ins Spiel zu kriegen. Haben wir halt 6 Power in der Luft gegen 11 Leben. Ist das ganz gut. Aber gegen Tassa und Prinzen macht das nicht so viel. Okay. Wieder nichts gefunden, so wie es aussieht. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Wir könnten ja jetzt eigentlich auch schon flashen. Da passiert ja wahrscheinlich nichts, oder? Kampfphase. Zweite Hauptphase. So. Gegner will in den Endstep wechseln. Wovor Tassa da kommt. Mutieren wir mal die Fledermaus. Fledermaus. Ja. Klassiker. Fledermaus auf Fledermaus. Hm. Was nehmen wir? Oben drauf, glaube ich. So. Doppeltrigger. Nehmen wir beide Prinzen erstmal raus. Mana ist ja eh genug da. So. Der erste geht dahin. Der zweite hier hin. Damit auch die Tassa jetzt hier nicht mehr so wild rumflickert erstmal. Mehr können wir eh nicht machen. Und dann gleich das Gnar drauf mutieren. Aha. Macht halt weniger Schaden, aber... Uh. Der Counter ist so gut. Alles klar. Wir bleiben dabei. Ah. Wobei. Aktiviert er jetzt hier die Tassa? Das ist nervig. Für vier den Flieger wegtappen. Das kauft ja auch ordentlich Zeit. Nein? Okay. Gerne. Aber irgendwann wird er da drauf kommen. Das wird nicht für immer funktionieren. Das wird leider nicht für immer funktionieren. Wollen wir Druck aufbauen? Na. Ist mir zu riskant. Dem... Counter dahinter. Leute. Richtig gut. Monorot. Und das neueste Combo-Deck. Also ich bin echt zufrieden. Aber wie gesagt. Das Solter-Deck. Das ist halt super, super solide. Und genau so performt es auch gerade. Richtig, richtig gut. Würde ich sagen. Wir sehen uns zur nächsten Starthand. Weiter geht's. Und die nächste Starthand. Die sieht auch ziemlich gut aus. Leider nicht der erste Zug. Aber da können wir uns nicht beschweren. Auch nach dem Start eben ein bisschen Glück gehabt. Schön gegen das Combo-Deck noch gewonnen. Wunderbar. Ich kann mich jetzt schon nicht mehr beschweren. Wirklich nicht. Schöner Start. So. Grazer. Breeding Pool. Wir haben alles. Ein Godless-Schrein. Das kann ja auch einiges sein. Wenn man erstmal Paradise through it. Wahrscheinlich. Skull Prophet. Oh. Spielen wir auch gegen ein Apex-Deck? Eventuell. Wenn man auf jeden Fall Paradise through it. Das ist immer sicheres Mana. Sagen wir go. Jetzt die Frage. Was kommt da? Für vier? Vielleicht auch sowas wie eine Fledermaus. Du machst doch schwarz und grün, ne? Hunted Witness. Das ist okay. Ah. Kulurus. Vielleicht doch nichts mit Wiederbeleben. Okay. Wir wollen ja schon an die Fledermaus ran. Das ist halt einfach zu gut. Die Fledermaus gewinnt uns Spiele. Ja, das muss nicht sein. Ich meine, wir haben 20 Leben. Super entspannt. Sagen wir einfach go. Haben auch quasi den Counter. Angetäuscht. Passiert natürlich nichts. Wer kommt alles? Alle? Oh, nicht schlecht. Da wird die Fledermaus schon erwartet. Lassen wir durch. Sechs Schaden können wir uns erlauben. Jetzt kommt auch höchstens was für drei, vier Mana hinterher. Je nachdem, ob da das Land kommt oder nicht. Es kommt. Aber nur Hunted Witness. Das ist sehr entspannt für uns. Ist okay. Dann die Bett. Reingeflasht. Und dann schön der Oktopus drauf. Ziehen wir mal eine Bonuskarte. Ziehen wir auf jeden Fall mal eine Bonuskarte. Und wir haben einen Counter Backup. Oh, perfekt. Perfekt. So. Die klassische Fledermaus-Oktopus-Kombo. Jetzt die Frage. Ist das noch ein Kunoros auf der Hand? Wegen Legendary. Wollen wir erstmal den Profit abschießen? Ich glaube, wir wollen erstmal den Profit abschießen. Das ist nicht so schlimm hier. Lifelink und alles. Das ist egal. Wir haben zwar auch den Counter. Aber ich mache mir jetzt gar keinen Stress. Gar keinen Stress. Ich meine, wir können immer schön was kaputt machen. und Bonuskarten nachziehen. Wir halten uns den Counter auf. Super gut. Halten wir halt den Grazer rein oder so. Ne, du hast Menace, ne? Ist wirklich nicht schlimm. Hauptsache wir haben den Counter. Sehr schön. Das müssen wir beschützen hier. Die Seedasher Fledermaus. Die ist richtig gut. Die ist richtig, richtig gut jetzt. Wunderbar. Dann hauen wir da einfach noch ein Parcelbeast drauf. Oder einfach den Gemrazer. Aber Gemrazer ist gut. Gut, wir können damit noch Banishing Lights abschießen. Wir haben halt alles gerade. Ja doch, hauen wir das Biest drauf. So, auch unten drunter. Wir bleiben, glaube ich, auf 3-3 fliegen gegen das Deck. Mal schauen, ob er noch ein... Das ist bestimmt noch ein Kunoros. So, hier nochmal das Land. Wobei, das Land muss gar nicht unbedingt sein. Und Paradise, du, du wirst eh nicht blocken. Ja. So können wir auch den Counter enttäuschen. Nice. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Die Karten werden uns nicht mehr ausgehen. Ich wollte gerade sagen, richtig, richtig gut. Das war einfach zu stark. Leute. Ja. Genau so soll das denn funktionieren. Ich freue mich gerade einfach, dass das gerade so passiert. Ist halt wirklich so ein 50-50-Deck. Wie gesagt, man kann das halt noch viel effizienter bauen. Mehr Counter. Halt ein typisches Flash-Deck. Aber den Burkos muss man ja auch mal in Aktionen sehen. Und ja, ich hoffe, wir werden den auch nochmal in Aktionen sehen. Schauen wir uns mal die nächste Starthand an. Weiter geht's. Und die nächste Starthand. Ah, Doppelgrazer ist nicht ganz so günstig. Wir haben den ersten Zug. Wir wissen aber, gegen was wir zocken. Hmm. Das ist eigentlich nicht gut genug. Das ist ja quasi ein Maligen auf 6. Eigentlich ist die Hand ziemlich gut, aber nicht gegen das Deck. Das ist halt ziemlich cool an den Companions. Man weiß halt sofort, gegen was man spielt. Ja, deutlich besser. Das halten wir. Grazer kann eh weg. Jetzt brauchen wir nur noch eine blaue Mana-Quelle. Optimal. Das ist halt echt gut. Wir wissen sofort, was passiert. Das ist wirklich interessant. Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Wenn man dagegen spielt, dann weiß man halt echt sofort, was abgeht. Ja, komm. Zug 2, Gemraiser. Ange für 4. Die 5-Runden-Clock. Wir müssen jetzt in die Offensive gehen. Ich meine, wir haben eh keinen Mana zum Count haben und wollen auch nichts count haben. Ich meine, das habe ich jetzt auch noch nicht so oft gemacht. Aber wir brauchen den Gemraiser ja nicht wirklich. Also jetzt Zug 2. Angreifen für 4 ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Komm, blaue Mana-Quelle. Dann reicht mir das ja schon. Uh, langsamer Start. Sehr gut. Komm, blaues Mana. Aber ist noch nicht mal so wichtig jetzt das blaue Mana. Notfalls noch eine Kreatur. Aber schade. Den Counter können wir nicht cyclen. Wir sagen einfach Go. Das ist jetzt ärgerlich. Sehr gut gestartet. Aber dann natürlich auch gut nachgelassen. Stark gestartet. Stark nachgelassen. Der Klassiker. Aber das geht noch. Das sieht ja noch okay aus. Komm. Komm. Am besten. Ja doch. Blaues Mana einfach. Schwarzes Mana würde ich allerdings auch nehmen. Scry nach unten. Sehr gut. Komm Deck. Komm, 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 komm. Natürlich noch eine Fledermaus. Das gibt's doch nicht. Okay. Das Problem ist, wir sind tatsächlich eine Runde zu langsam. Also so gesehen. Nächste Runde. Kann ja Geruda kommen. Komm schon Deck, bitte. Irina, lass mich nicht hängen. Blaues Mana spielen wir viel. Ah, das Problem ist, Triome kommen getappt ins Spiel. Wir brauchen einen Breeding Pool. oder eine Fabled Passage. Okay, das kauft jetzt noch mal Zeit. Oh, wir brauchen auf jeden Fall den Counter. Wenn wir hier irgendwas reißen wollen. Vielleicht kommt sogar der... Nee, der Doppelblock wird wahrscheinlich nicht kommen. Gucken wir mal. Breeding Pool. Unfassbar. Gucken, ob der Doppelblock kommt. Dann fehlt halt wieder ein Mana. Nee, wird durchgelassen. Okay. Breeding Pool. Du warst noch nie so gut bei mir. Tatsache. Fabled Passage. Geruda. Ah, das ist nervig. Der Guard Mage kauft hier auf jeden Fall Zeit. Ich glaube, diesmal haben wir nicht so Glück. Naja, mal sehen. Vielleicht ziehen wir ja noch einen Counter. Wenn wir jetzt einen Counter ziehen. Das wäre schon mal ganz nett. Ansonsten, schwarze Mana-Quelle. Das ist ja quasi eine schwarze Mana-Quelle. Hätte ich das mal etwas genauer formuliert. Naja, okay. Angefühl 4. Vielleicht hätte Irina ja auf mich gehört. Es kann sein, dass wir jetzt tot sind. Schade. Boah, das war knapp. Hätten wir dazwischen mal eine schwarze Mana-Quelle gezogen. Mit einer Fledermaus im Spiel wäre das deutlich besser. Oh, unser Gegner hat aber keine Gerudas mehr. Da ist der Doppelblock aber sehr gut. Das hier kann auch so viel live gehen. Oh, ich würde das echt gerne gewinnen jetzt, das Match. Na komm, es ist noch nicht verloren. Es ist noch nicht verloren. Aber wenn wir jetzt nicht die passenden Karten ziehen. Unser Deck ist zu fair dafür. Seinen, ja, für einen Brokkos müssen wir ja Paris-Turt tappen. Hm. Müssen wir wohl eine Fledermaus reinflaschen. Übernächste Runde. Also im gegnerischen Zug. Echt? Der greift an. Schon recht mutig. Schon recht mutig, würde ich sagen. Ich meine, es ist ja nicht so, als ob das Deck unbedingt Schaden machen will. Wie soll er denn dann hier blocken? Ah, ein Doppelblock einfach. Doch, kein Doppelblock. Hm, nicht optimal, meiner Meinung nach. Das Ding trampelt ja sogar. Leute, komm, wir müssen uns jetzt anstrengen. Aber gegen so viele Handkarten. Früher oder später muss da der nächste Geruda kommen. Und dann können wir leider nichts machen. Aber Fledermaus, mutier die Fledermaus. Ist nicht schlecht. Schade, das reicht ja noch nicht ganz, weil hier nochmal drei Leben dazu kommen. Aber das ist machbar. Okay. Ich wollte gerade sagen, geschockt. Leute, da sind die Augen schon groß geworden. Haben wir da noch eine Chance? Leider nein. Pass auf, jetzt greift so ein Ding bestimmt nochmal an. Unfassbar. Unfassbar. Gut, man kann halt einen wieder enttappen. Quasi durch den Flicker-Effekt. Aber das ist schon sehr mutig hier. Wobei, man kann auch so ganz gut einfach das Spiel gewinnen. Man muss ja nicht die Kombom haben. Krasses Game. Krasses Game. Das will ich jetzt wirklich hier reißen. Kommt schon, Leute. Ja. Wir können alle angreifen. Zumindest etwas. Ja, wir müssen doppel. Ja, wir müssen doppel Mutate machen. Auf jeden Fall. Also doppel Removal. Nehmen wir die Guard Mages komplett raus. So. Mhm. Jetzt wissen wir auch, wie es geht. Komm, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Zwölf Schaden werden wir nicht kriegen. Angriff mit allen. Und dann müssen wir hoffen, dass wir nochmal drankommen und zwei Schaden machen. Das ist so machbar. Das ist so machbar. Wir haben ja auch den Lurker hier. Das schießt alles ab. Der wird ja getappt beim Aktivieren. Noch ein Dreamtower. Leute, haben wir es wirklich? Uh. Das war auch extrem knapp nochmal. Mhm. Schade, dass sie jetzt ungetappt ist. Hat halt wieder Hexproof. Aber gut. Machen wir mal eine 4-4er-Fledermaus draus. Richtig gut, Leute. Ohne Brokkos, aber ist egal. Ist egal. Ja. Und du musst halt getappt werden für deinen Effekt. Perfekt. Leute. Noch gegen den Trawler. Das hätte mal wieder nicht länger dauern dürfen. Huhuhu. Leute, wir haben es nochmal gepackt. Oh. Ich finde das richtig, richtig gut, das Deck. Ja. Dann machen wir auf jeden Fall noch ein richtig schönes Spiel. Wollen wir mal schauen, ob wir es nochmal hinkriegen. Auf zur nächsten Starthand. So. Die nächste Starthand. Schade. Hätte hier nicht der zweite Grazer an Land sein können. Dann wäre das ein Keep. Nehmen wir auf jeden Fall einen Mulligan. Ich meine, wo ist Brokkos? Okay. Ich habe nichts gesagt. Ja, das müssen wir jetzt kippen. Wir haben eh kein Untap Mana. Grazer kann weg. Wir haben Pedestruid. Ist ein bisschen gierig. Aber komm. Leute. Wir gönnen uns jetzt nochmal. Wie gesagt. Brokkos ist halt nicht die optimalste Karte für das Sultai Brokkos Deck. Der ist halt so teuer. Und wenn wir gegen sowas wie Monorot spielen, wird das nicht einfacher. Uff. Oh. Das ist jetzt echt ein bisschen sehr langsam. Ungetapptes Mana. Am besten auch kein Schockland. Wenn ich Grimm Initiate sehe. Ah. Ist doch Monorot. Ich dachte vielleicht Winota. Aber ne. Das wird Monorot sein. Was kommt jetzt? Steamkin? Hatten wir heute schon. Muss nicht unbedingt sein. Gar nichts? Na doch. 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 Noch ein Initiate. Ah. Und das ist sehr aggressiv. Ungetapptes Mana. Aber für den Schock. Oh. Das gefällt mir nicht. Aber muss jetzt sein. Ansonsten wird das zu langsam. Dann können wir nächste Runde uns ein 2-4er Hexproof Parcel Beast machen. Ich hoffe da kommt jetzt nichts überheftiges. Castle. Komm. Ende. 4-3 Endex. Das ist nicht gut. Ne Leute. Ne. Ich glaube. Moment. Ich glaube das wird nicht mehr ganz so nice. Aber Gnar blockt Annex. Das ist halt die Sache. Das könnte jetzt zu hart sein. Ich meine. Wir haben doppelt gegen Kongo gewonnen. Und wir haben ganz am Anfang gegen Monorot gewonnen. Das erste Spiel eben. Und. Wie gesagt. Das Deck hier ist ja relativ fair. Kann nicht super krasse, unfaire Sachen machen. Wie aktuell meine ich andere Decks. Und dafür bin ich komplett zufrieden. Wird hier nur aktiviert. Es wäre nicht schlecht. Gehen wir auf 8. Nee. Jetzt nicht noch ein Annex. Komm. Und zum Glück kein Embercleave. Dann wären wir sofort tot gewesen. Aber wie gesagt. Einmal verlieren ist völlig in Ordnung. Wir hätten auch locker zweimal verlieren können. Alles über 50% ist sehr in Ordnung. Ja das ist einfach viel zu viel Schaden mit dem Castle. Das wird nichts. Leute sorry. Da können wir uns nicht gegen wehren. Sollen wir noch ein Bonusspiel machen? Good game. Wir machen noch ein Bonusspiel. Würde ich sagen. Oder? Ja ist glaube ich besser. Da kommen wir wirklich nicht mehr raus. Oder wollen wir noch mal fest... Dann können wir counten. Leute. Zum Bonusspiel. So. Die Bonus-Starthand. Ah. Keine Mana-Beschleunigung. Wir haben allerdings den ersten Zug. Wollen wir das mal keepen? Komm. Wir versuchen das einfach mal. Ich sehe hier Kahira. Ich hoffe das ist auch ein Elemental-Deck. Sowas in die Richtung. Und nicht Esper Doom. In dem der kann man nämlich Kahira auch einfach als kostenlose Kreatur spielen. Nein. Es sind Bestien und Kreaturen. So wie es aussieht. Das könnte doch was werden. Schneller Start. Aber ich meine. Schlimmer als Mono-Rot gerade eben. Kann es ja kaum werden. Es geht immer noch schlimmer. Aber das war schon... Ein bisschen zu krass für uns. So. Mal sehen. Was genau ist das denn? Es können ja auch Bestien einfach sein. Dinosaurier. Ja. Können es auch sein. Ist wirklich ein wilder Mix. Das habe ich nämlich noch gar nicht gesehen. So ein richtiger... Wilder Mix. Das könnte gut werden. Legen wir erstmal hier unseren Gnar. Und je nachdem wie das gleich aussieht. Eventuell dann so ein Oktopus. Ich meine wir können auch Doppel-Oktopus machen. Mutieren für zwei ist halt ziemlich gut. Hat auch Flash. Vielleicht können wir auch unseren Gegner ein bisschen mit Flash überraschen. Doppel-Oktopus reingeflasht. Das kommt doch eigentlich ganz gut. Hm. Wir können alles mögliche reinflaschen. Wir überlegen uns das gleich mal wie wir das machen. Ich meine Fledermaus reinflaschen. Und dann Doppel-Oktopus auf die Fledermaus. Das ist ganz gut. Oder? Dann ist alles kaputt. Und dann ziehen wir uns rein. Hm. Ich glaube das ist der Plan. Müssen wir jetzt ein bisschen Schaden nehmen. Ein bisschen. Können wir uns das erlauben? Ja doch. Wenn es nur sieben sind, ist es doch okay. Oder? Das ist ein sehr interessanter Angriff. Darf ich das blocken? Oder kommt hier eine Überraschung? Interessant. Wollten wir nicht tauschen. Dann lassen wir durch. Ich glaube den Schadenspunkt, den gönnen wir uns. Wir zeigen auch nichts. Boah. Man hätte hier aber auch gut Doppel-Mutate und dann die Bestien machen können. Das ist alles so verlockend. Aber nein. Ich will jetzt mit der Fledermaus glaube ich das machen. Man hätte hier echt gut die Bestien mutieren können. Aber ich meine. Ist das nicht auch gut? Das ist alles ziemlich gut. Würde ich mal sagen. So. Oktopus. Ja doch. Drunter. So. Weg mit dem Brontodon. Sehr schön. Das nervig, dass die blocken können. Aber. Machen wir trotzdem so. So. Und dann Kahira. Muss halt jede Runde ein Grazer reingehalten werden. Discard wird da ja wohl nicht kommen. Maler nehmen wir auf jeden Fall noch. Selbst wenn was stirbt. Nehmen wir hier noch einen Bonusschaden? Ja. Selbst wenn was stirbt, haben wir ja den Lurker. Wir haben den ersten Angriff überlebt. Ich finde das halt zu verlockend. Wobei. Wir hätten ja jetzt eben Doppel-Bestie gemacht. Dann hätten wir eine Bestie gegen Sprontodon verloren. Im Doppelblock. Natürlich ein Questing-Piece. Natürlich mit Eile. Aber ist okay. Hm. Brokkos. Auf dich haben wir ja nur gewartet. Ja. Das ist doch zu verlockend, oder? Machen wir auf die Fledermaus. Natürlich obendrauf. Es wäre natürlich auch gut, wenn die alle auf einer Karte wären. Aber wir mussten am Anfang so ein bisschen Agro-Stopper machen. Da kommt doch nicht noch ein Questing-Biest, oder? Ich kann das nicht riskieren. Wir müssen jetzt hier den Gnar zurückhalten. Oh. Trampelschaden. Die Karten kriegen wir auf jeden Fall. Das war mir aber einfach zu riskant hier. Komm, Brokkos. Zieh uns rein. Benutzen wir auch. Sicher ist sicher. Alles für die Verteidigung. Forest. Komm. Dann noch Grazer Land. Ich glaube nicht, dass da Discard oder irgendwas kommt. Oder? Wobei, brauchen wir das Mana? Sechs. Wir holen eh ein Land oder sowas wieder. Ja, doch komm. Nee, da kommt, glaube ich, nichts. Nicht aus so einem Kreaturendeck. Also, muss ja auch Random Discard sein, dass wir uns das aussuchen können. Aber hier ist ja kein Kroxa oder irgendwas. Aber ich wusste, da kommt ein zweites Questing-Biest. Huhu. Okay. Das war wichtig. Okay. Okay. So, Lurker. Du bist richtig gut jetzt hier. Auf den Brokkos. Natürlich runter. Richtig gut. Das ist mal eine richtig schön mutierte Kreatur. Nehmen wir natürlich das Gnar. Und schießen das Questing-Biest ab. Und falls das noch ein Questing-Biest auf der Hand irgendwo ist, müssen wir das wieder als 3-3er-Blocker legen. Weil Grazer bringt ja nichts. Der kann nicht blocken. Zu wenig Stärke gegen das Questing-Biest. Kommt, Leute. Wir müssen nur eine Runde überleben. Deswegen. Brokkos beendet das hier. Nochmal ein paar Karten nachziehen. Sehr schön. Dann können wir auf jeden Fall auch einen Blocker abschießen. Noch ein Grazer, glaube ich, bringt es nicht. Ich glaube, Leute, das sieht gut aus. Es ist das dritte Questing-Biest. Aber es reicht, Leute. Was für ein Abschlussspiel. Richtig, richtig gut. Das hat mich nochmal gefreut. Das hätte aber jetzt hier auch gut schief gehen können. Mit den ganzen Questing-Biest auf 4 Leben. Leute, alles richtig gemacht. Wir konnten zwar nicht jedes Spiel gewinnen, aber auf jeden Fall heute wieder besser performt als erwartet. Aber wie gesagt, die Tipps habe ich euch ja am Anfang schon gegeben. Man kann das Deck auf jeden Fall sehr gut zocken. Es ist halt auch super solide. Manchmal verliert man halt gegen die unfairen Decks, wenn man da nicht an der richtigen Stelle den Counter hat. Manchmal sind die Aggro-Decks zu schnell. Also es ist jetzt nicht das allererste Deck, was ich quasi craften würde, wenn ich neu bei Irina bin. Aber wenn man eine große Sammlung hat, das Deck ist auf jeden Fall gut. Kann man auf jeden Fall nachbauen. Und auch mal selber eine Runde mit zocken. Ja, an der Stelle, Leute, kann ich euch aber wirklich nur noch einen wundervollen Tag wünschen. Ich hoffe natürlich, das Deck und die Gameplays hier haben euch gefallen. Wenn dem so ist, denkt an den Daumen hoch. Wäre richtig, richtig nice von euch. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020